So liebe Leute, ein herzliches Willkommen, euer Van Bergen ist ein Mikrofon, aber auch in der Kamera. Ich begrüße euch recht herzlich zum Champions League Samstag vom allerfeinsten Mensch. Zwei ganz wichtige Sachen habe ich für euch. Punkt 1, ich muss mich echt beeilen. Das hat folgenden Grund. Ab 12 Uhr wird es bei mir brutal warm, liebe Leute. Es ist ja schön. Heute Abend können wir schön bei einem lecker gegrillten Steak können wir uns Fußball anschauen. Wäre ja viel schlimmer, wenn es regnen würde oder dergleichen. Aber es ist wirklich brutal warm. Man kann zu wenig am PC machen. Ich habe aber ein bisschen was für uns vorbereitet für die nächste Woche. Ein paar richtig geile Themen für den Transfer-Talk. Auch ein bisschen übergreifend, wettbewerbsübergreifend natürlich. Schauen wir ein bisschen auf die Premier League und solche Geschichten. Wie gesagt, vorbereitet ist es, sobald es ein bisschen kühler ist, starte ich die Aufnahme und lade euch den Spaß auf YouTube hoch. Okay, ganz wichtig heute Abend ist Champions League, liebe Leute. Für das Champions League-Finale heute Abend wird der König Europas gekrönt oder die Könige. Ich bin gespannt. Ich habe ein bisschen Angst, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe mir die ganze Spielanlage von beiden Mannschaften nochmal angeschaut, nochmal so ein bisschen die Saison auch Revue passieren lassen. Ich habe ein wenig Angst, dass es zu deutlich werden könnte für FC Barcelona. Ich hoffe es nicht. Juve kann gut verteidigen. Sie sind sehr, sehr stabil und sie bringen sehr viel Erfahrung mit. Heute sind, ich glaube, über 5, 6 Spieler sind schon über 30. Das ist nicht unbedingt ein Nachteil. Vielleicht läuferisch, aber man kann das sicherlich mit Erfahrung wettmachen. Sollte man nicht unterschätzen diesen Wert. Und ansonsten natürlich setzt sich meines Erachtens Barcelona durch. Sie sind von der Qualität her nahezu auf jeder Position. Gleich, wenn nicht sogar besser besetzt. Und gerade die Offensive macht mir halt richtig Sorgen. So wie die zum Schluss drauf waren in der Liga. Haben ja auch gerade die Meisterschaft gewonnen. Also wie gesagt, Neymar, Suarez und Messi, um die drei mal herauszuheben. Das ist schon absolut der Wahnsinn. Das ist wohl das Beste, was man momentan in Europa zu sehen bekommen kann, wenn sie dann ins Spiel kommen. Ich bin gespannt heute Abend. Mein Tipp ist es ein 3 zu 0 oder vielleicht auch 3 zu 1 für FC Barcelona. Ich hoffe, dabei bleibt es auch. Wäre schade, wenn es zu deutlich werden würde. Ich drücke aber natürlich im Underdog. Und das ist heute Abend Juventus Turin. Drücke ich die Daumen. Würde mich freuen, wenn sie sich da irgendwie gegensteuern können. Ist ja auch momentan eine ganz, ganz schwierige Lage im italienischen Fußball. Ich will ja jetzt auch nichts beschwören oder so. Aber wäre vielleicht mal ganz nett, wenn jemand anderes außer irgendein Spanier da was holt. Letztes Jahr war es Madrid. Dieses Jahr höchstwahrscheinlich Barcelona. Wird so ein bisschen einseitig. Aber gut, die sportlich bessere Mannschaft wird sich durchsetzen heute Abend. Nehme ich mal an. Ich hoffe, es bleibt auch ohne größere Fehlentscheidungen, was wir zuletzt in Relegationsspielen gesehen haben. Nein, unterm Strich muss ich sagen, ich bin gespannt. Und man kann sich nur darauf freuen. Man ist ja im Grunde ein neutraler Beobachter, wenn zwei ausländische Teams aufeinandertreffen. Und hoffentlich sehen wir guten Fußball. Wie gesagt, mein Tipp 3 zu 0. Nun bin ich auf euren Tipp gespannt. Dann habe ich für euch noch die momentan heißesten Transfergeschichten. Wir haben einen neuen Transferrekord für diesen Sommer. Liegt aktuell bei 32 Millionen Euro. Betrifft Dybala von US Palermo. Ja, mit dem Wechsel zu Juventus Turin. Guter Mann. Stürmer, 21 Jahre jung, wenn ich mich jetzt nicht verlesen habe. Genau. 21 Jahre jung und argentinisch-italienische Herkunft. Spielt in der argentinischen U20. Sollte man sich mal auf jeden Fall auf den Meldezettel legen. Irgendwo ein Post-it hinballern. Das ist ja ganz interessant. Der Kerl, wie gesagt, hat dieses Jahr einen Haufen Tore erzielt. 13 Tore, 10 Vorlagen. Das sind genau 23 Scorer-Punkte in 34 Ligaspielen. Und wenn du mit 21 in der Startelf an der italienischen Mannschaft stehst und dann so ablieferst, ist das gar nicht so schlecht. Wie gesagt, Wechsel Dybala von US Palermo zu Juventus Turin. Aktuell neuer Transferrekord für den Sommer. 32 Millionen Euro. Und dann natürlich das heißeste Gerücht für mich momentan ist Birki. Der gute Birki von Freiburg. Unser Held. Birki, Birki, Fußballgott zu Borussia Dortmund. Wie viel da dran ist? Meine Wechselwahrscheinlichkeit liegt bei circa, ich würde sagen, 50%. Also schon sehr deutlich. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Würde auch gut passen. Und wäre günstig an und für sich, glaube ich, so circa 5 Millionen, 4,5, 5 Millionen Euro Ablöse verlangt Freiburg für Birki. Und ja, könnte natürlich auch in den nächsten Jahren in der Nationalmannschaft eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Also in der Nationalmannschaft der Schweiz natürlich. Gut, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Wie gesagt, die beiden Transfergeschichten habe ich für euch noch. Aber nächste Woche geht es richtig steil. Ich habe eine Menge vorbereitet. Wenn es nicht mehr so warm ist, geht es dann natürlich richtig vorwärts. Wenn es, wie gesagt, zu heiß ist, komme ich da echt nicht vorwärts. Das ist, das macht dann auch keinen Spaß. Ihr kennt das selber, wenn man dann wirklich so platt ist, dass es so schwitzig ist, dann bleibt der Spaß auf der Strecke und man geht lieber an den See. In diesem Sinne, das mache ich jetzt auch mitsamt Hund. Und dann bis heute Abend, beziehungsweise bis die Tage im Livestream und natürlich auch wieder im Transfer- und Fußballtalk. Also bis dann, liebe Leute. Ciao, ciao, euer Bergi. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020